Weil ihr, ihr auf eurem Ämter, da kann man es noch so gut meinen, aber ihr verschanzt euch hinter euch Reakten und die Geschichte hat sich gehoben, hören Sie. Wir wenden die Gesetze an, was ihr in euren Gremien gemacht habt. So schaut es aus, Sie, Herr Bundesrat, Sie. Und wenn Sie mir so kommen und meinen Hintern ins Gesicht fahren, Sie sind jederzeit abwähl- und austauschbar. Aber ich bin Beamtin auf Lebenszeit. Bundesrat. Sie mäßigen Sie, Sie gehen an Sie, Sie bisgeln Sie. Und jetzt will ich Ihren Vorgesetzten, einen Amtsvorsteher möchte ich sprechen. Wo finde ich den, den? In Amerika. Dort macht er nämlich Urlaub, der Herr Regierungsrat, bei den Niagarafällen. Dein Stellvertreter? Der ist im AKH und lässt sich die Goldsteiner herausnehmen. Die, was er von Leuten wie Ihnen gekriegt hat. Wiederschauen. Fallen Sie nicht, Herr Bundesrat.